Untertitelung. BR 2018 F. Versammelung. F. Ankanalversammelung. K. Schülterwein. E. Einbeute. E. E. nach rechts gravasieren. E. geradeaus. Zieh rechte Hand. E. 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 E G eine Beute, BG nach links mal lasieren, G geradeaus vor C Mittelschritt, C in die Hand, C H Mittelschritt, H B Schlaufe, B Versammelgeschritt, T rechts unten, zwischen L und V, halte Führung rechts, B, E, L, L, das Sammelschritt, zwischen L und V, halte Führung links, B, E, L, das Sammelschritt, in der Sammelschritt, in der Vorhangaben, A auf die Bibelien abmeldet, nach links mal lasieren, E, Fliege, Händer, nach rechts, D, G, nach rechts, G, geradeaus, C, rechte Hand, N, K, Start, G, K versammelt der Galler, die in der Galler wechselt, K a F versammelt der Galler, F X versammelt der Galler, zwischen F und X, also die Weite links. F fliegende Galler wechselt, F a K versammelt der Galler, K X versammelt der Galler, zwischen K und X, also die Weite links. K fliegende Galler wechselt, K a F versammelt der Galler. F S, drei fliegende Galler wechselt, zu vier Sprüngen. S R halber Zirkel zwischen S und R zwei bis drei Pferden im Übersprung. R K, drei fliegende Galler wechselt, zu drei Sprüngen. R K, drei fliegende Galler wechselt, K a Fersammelt der Galler, A auf die Mitlinie abwenden, X halte. A swt Galer wechselt, Zirkel deraser Holy American. Ja ... A W three fliegende Galler, wo der Drucklinie abwenden, Und hier ist das Ergebnis für Jana Schlatter und Jan.